Na, was haben wir denn da? Eine neue Folge Let's play my plan Mit dem guten Sascha Moin Jetzt geht's los Mit dem Manni Und nicht zu vergessen den Stil Oh mein Gott Ist ne neue Folge? Und meine Lädigkeit der Scraw Warte mal Das funktioniert nicht so ganz Wie ich es mir gedacht habe Das war doch lange Was haben wir denn da? Ja was haben wir denn da? Das war was cool ey Ich bin bereit aber das musste sein Jetzt musste er mich wegen nem Video aufziehen Ja ja Darf ich den Insider auch noch erklären? Meine erste Vlog Da hab ich doch ne ziemlich beknackte Anmudi gemacht Also wenn ihr wissen wollt Woher das kommt Guckt einfach mal beim Sascha auf dem Kanal vorbei Der hat nen Vlog gemacht Den fand ich Ich fand den Vlog eigentlich echt gar nicht so doof Aber der andere Ich mein die ist so premium Na was haben wir denn da? Ey scroll Guckt mal kurz hier Ne Map auf dieser Welt Ne Map auf dieser Welt ist so mega unnötig Du hast jetzt nicht wirklich ne Map gemacht oder? Das war ne Empty Map Wir hatten ne Empty Map in der Kiste Achso lol Wisst ihr was ich früher meine Ansage mal gemacht habe? Hallo und Herz Lechle Ich hab das damals so bescheuert gezogen Aber das alles Haben wir noch Junglewood? Ja ich hab noch 6 Kakaosamen Ja guck mal pflanz doch mal hier oben Du kannst hier einfach das Holz auf dem Boden setzen Ist ja scheiß egal Ja mal lass mal Lass mal immer so Ne ich hab das damals als echt sehr komisch gezogen Ne das passt nicht Moment Bis ich mir das noch mal gesagt hab So das reicht jetzt das nicht nochmal Haben die Villager Events halt irgendwo ne Workbench? Ja im ersten Haus auf der rechten Seite wo die Bücherregale drin sind Ist ne Workbench Danke dir Ich hab jetzt kein Bock mehr zu unserer Base zurückzulaufen weißt du Ja Sooo Sooo Könnten wir ein Feuerzeug gebrauchen? Ne warum denn? Ja weiß ich nicht Wir haben Flint wir haben Steel Also Wir brauchen erstmal wieder Kohle Ey bleib mal da Ja Kohle brauchen wir echt dringend Kohle 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 Oh nein Jetzt gehts los hier Kohle 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 Walala Nein Ähm Wer kennt das nicht ne? Ja Ähm Ich glaub das ist eine der größten Minecraft-Seuchen die es jemals gab Dieses Lied Gibt's davon nicht sogar ne Techno-Version auf Youtube? Ähm Es gibt ne kleine veränderte Version die damals Rahmschnitzel mal gemacht hat Oder Rahmschnitzel war das genau Auf seinem Und Einer seiner anderen Kanäle damals noch Ich weiß noch nicht ob der Kanal A noch existiert Und äh Deswegen Wir haben Wir haben nicht gern so schnell bitte meine Sascha Ja Ähm Pst Aber komm mal schnell mit in die dunkle Ecke ich muss dir mal was geben What the fuck What the fuck Uh Uh Oh 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 Ne ne Stevie für dich hab ich auch eine Komm her Ne ne Für dich hab ich auch eine Komm her Was Ist das schon leicht von auf die Brache Ja wie gesagt Ich laufe Zerstörter Kettenrüstung Besser als gar nichts oder? Schwer dich nicht Oh 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 Es war mit bloß Hand, also du kannst nichts gegen sagen. Ja, ist ja auch okay. Alter, das sieht es aus. Ich bin schon leicht behindert aus TV. Oh, oh, oh. Mit meinem Skin. Viel zu mich und ein Creeper. Viel zu mich und ein Creeper. Krischi ist gerade gekommen, liebe Leute. Warte mal, wie kann man nochmal das mit dem... Ich habe jetzt einen Zweiergang gemacht. Was willst du? Ah, ein Resource Pack. Ich habe leider noch keinen Resource Pack drin. Eigentlich wollte ich mal einen Resource Pack reinmachen, dass hier alles so hübsch aussieht. Ich wollte gerade auch mal ganz kurz gucken. Ne, ich mach das nächste Mal. Was für Resource Packs nutzt ihr denn so, wenn ihr mal eins nutzt? Wenn, dann pure BDecraft. Also, ich benutze eigentlich Misa. Ah, ich habe... Misa ist wieder geupdatet worden, ne? Ja, Misa ist wieder geupdatet worden. Keine Sache, das wusste ich gar nicht. Ob ich BDecraft für 1.9 bei 1.8 einspielen kann? Vermute ich nie, oder? Tatsächlich nicht. Nein, also, I'm not compatible with this Minecraft World. Aber es gibt immer noch eine 1.8er Zwecks Version, halt. Ja, klar, aber ich habe sie halt nicht runtergeladen. Ich habe gerade nur die 1.9er runtergeladen. Scroll, wollen wir nochmal gleich runter zu dem Ristab? Ja, ich update sie erst auf 1.9, wenn... Optifine da ist. Richtig. Ja, wir können gleich runtergehen. Sascha, kurze Frage. Spielst du jetzt die ganze Zeit mit Vanilla? Ich spiele mit Vanilla. Ich spiele auch mit Vanilla. Ich mit Gons spiele die Craft. Ich spiele mit Pure BD Craft. Mit Gons sieht das schon recht nice aus, aber es war ja gut, bis auf die Rüstung. Die ist darauf nicht angepasst worden. Kannst du sagen, dass wir fast kein Holz mehr haben? Ja, kann doch gut sein. Da ist so ein perfektes Beispiel. Krischi, du sagtest ja, dass es nicht alles so passend geupdatet ist. Ja, richtig. Die Rüstungen sind zum Beispiel in Standardtexturen. Ah, okay, alles klar. Ich wusste halt, ich wusste kein konkretes Beispiel. Ich wusste nur, dass da immer Beistand man soll. Ist ja nicht. Ich lade jetzt noch ein 128er Puberty Craft runter und füge das zusammen. Ja, genau. Oh, man kann keine kleinen Schafe scheren. Dadurch, dass Gons schon erst auf 128 ist, muss ich natürlich das normal auch auf 128 nehmen. Mach ich aber eigentlich immer, weil da steht immer ein Klammern recommended. Da denke ich mir, gut, wenn es schon recommended ist. Hat jemand noch ein bisschen... Ah, nee, warte. Ich bin da sehr einfach. Ich gehe auch in den Supermarkt und kaufe die Dinge, wo du auch den Pornman. Gags. Wo haben wir eine eigene Schaufel? Nur dann. Das heißt, also wenn auf... Sagen wir mal... So, Sascha, komm mit. So, Sascha, komm mit. Äh, ja, ich überlege. Nur wenn auf Brot von Mensch geht. Komm mit, Sascha, trust me, komm mit. Stell mir das mal vor, wenn das da so draufstehen würde. Ich hab wohl, Alter, vor, man. Wohl, Leute. Wohl, müssen wir nochmal hier lang. Ich hab das Brot von Brot von Man. Alter, müsst ihr eigentlich die ganze Zeit so rumschreien. Ich stelle mir das dann so vor, weißt du, dann hast du so Frauenbesuch. Darf ich Brot essen? Nein, das ist nur vor, man, sorry. Darf ich ein Bier trinken? Nein, da ist Glyphosat drin. Ist auch nur vor, man. Sascha? Hä? Nochmal, wenn wir uns unten, Wartemerk, schön in dem großen Raum. Ja, ja. Alter, ich krieg grad hier und tatsächlich die Husten auf, das ist nervig. Aber weißt du, was für Nachteile ich habe, wenn ich jetzt Sex mit, äh, 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 wenn ich Pure-Dienkraft jetzt mit Wartem-Dienkraft mache, muss die Connecting-Text-Just ausschalten. Aber wozu das denn? Na egal. Echt, kann man das damit nicht nutzen? Nein, weil dann, äh, aber nimmt er die CTMs von, äh, Pure zusammen. Sascha, du weißt für nichts. Ne, ne, weiß ich auch nicht. Die machen da schon wieder Sie. Es ist und bleibt ein Rätsel. Gar nichts. Nichts? Die haben sich zwei Eisenrüstung gebaut. Nein, nein. Warum sollten wir denn? Mal ganz ehrlich, wäre das nicht langsam sogar mal eine gute Idee? Ich bring gleich nochmal 43 Eisen mit nach Hause. Ja, das Ding ist, wir haben keine Kohle dafür. Wir haben noch mittlerweile so viel Holz. Nein, wir haben fast überhaupt kein Holz. Echt nicht? Nein. Aua. Puh. Wo habe ich denn jetzt ein Skelett angehippt? Wer weiß, dass die da so angestellt haben können. Ich habe überhaupt nichts angestellt. Scroll, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Da es nur zwei Minuten gedauert hat, habe ich da schon so eine Ahnung. Und was? Da bist du. Sie haben gecheatet. Das hätte ich ja gesehen. Tommy, 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 Tommy. Leute, hier ist ein Diamant. Jawohl. Wo, wo, wo? Ja, habe ich. Achso, stimmt ja. Ich habe doch... Okay, weiß, ich klicke auf 128 Latt, aber ich dachte, ich hätte auf 128 gekriegt. Fünf Diamanten mal eben. 16er Specks drin. Ah, okay. Ja, dann nochmal, wa? Marsha, kommst du mal zu mir vielleicht? Ja, sofort. Ich gucke einmal kurz, ob hier noch irgendwo ein paar Diamanten rumschwirren. Alter, was ist das für ein Cheetah-Skelett? Wie kannst du denn Diamanten abbauen? Lass du wohnst! Oh, oh. Kommst du klar? Ach gut, das kann ich jetzt nicht löschen. Ist okay. Ich muss kurz gucken, ob ich klarkomme. Ja, ich bin gleich bei dir. Alter! Macht der Teamspeak einen Abgang? Scroll, sag mal was. Ihr habt der Teamspeak einen Abgang. Holy fuck! Leute, ich verstehe euch gerade nicht. Alles klar! Ich habe die Connection gelostet. Ähm, okay, da hast du die TS weg. Hier, warte hin. Ah, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder alle da. Ich wollte gerade Reconnaissance. Da hat sowohl der TS-technische Probleme. Okay, hast Crashy schon gezogen, alles klar. Perfekt, also jetzt sind wir wieder alle da. So, jetzt gehen wir mal hier runter, weil da unten war die Witch. Pass auf, Saita. Ich bekam auch kurz Sorgen, auf einmal was los war. Ja. Und ich dachte schon, oh Gott, jetzt mache ich wieder einen Abgang hier. Nice! Ich bin extra schon schnell zurückgelaufen, weil ich dachte, oh Gott, wäre ich das gelaufen. Oh Gott, ist das viel Lava hier. Ich gucke es schon auf meine Seiten und ich suche. Ey, Leute, ich habe ein bisschen Sugar. Put some sugar on me. Jetzt sind wir ja schon wieder voll auf Abwägen. Sugar, sugar, ha your God. Hier finden wir doch gleich wieder nicht mehr zurück. Ist doch okay, Sascha. So lange wir zusammen sind, ist das in Ordnung. Sie halten uns richtig, die mögen uns nicht nehmen. Nein, nein, ich glaube auch nicht. Oh. Kannst du mal runter, Sascha? Was? LOL, Stevie. Hier war kein Creeper. Auf gar keinen Fall. Ich stand genau neben ihm. Ich stand ganz genau neben ihm. Ich habe auch keinen Creeper gesehen. Die ist kaputt. Die Alten sind überall schon auch hinüber. Oh, wow. Wir haben keine Holz, um gerade mal neue Kisten zu machen. Aber wo kam der her? Ich habe den nicht gesehen. Ja, aber dann geht vielleicht mal ins Dorf. Da müsstest du noch ein bisschen Shit geben. Genau, so und Notfalls braucht ihr die Häuser im Dorf ab. Ich habe nämlich mal kein Schwert mehr. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich habe ein bisschen was gerade. Notfalls braucht ihr die Häuser im Dorf ab, meine Güte. Ja, richtig. Was war das gerade, bitte? Wo kam der her? Sehr gute Frage. Also Sascha, ich glaube, wir sind hier ein bisschen in das Sackgasse angekommen. Ja, lass uns mal wirklich zu dem Riss hingehen. Der Rest ist jetzt nur Stein und Erde. Ich weiß nicht, wo du bist, von der Platte rutschstum. Direkt in die andere Richtung. Ja. Was? Der kam überraschend, ne? Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Jetzt machen wir hier auch noch Adventure-Map-Style. Das Schlimme ist ja jetzt, wir haben keinen Platz mehr. Das Gute ist, ich habe den Kies, um hier das Ding nochmal zuzubauen. Komm, wir gehen hier runter nochmal schnell. Komm, wir gehen hier runter. Wieso wechseln? Ja, aber wir bauen wenigstens eine Treppe, dass wir den Weg zurückfinden. Was soll das? Girl, lad. Ich habe nämlich keinen Brüder. Ich habe Sachen mit mir, die ich nicht in die Kisten kriege. Ja. Ach, haben wir noch wenig Bäume auch, ne? Es wächst zur Zeit einfach nichts. Scroll. Wo rinnst du denn immer hin? Yeah. Redstone. Yeah. Aber trotzdem, woher kam der Creeper, ey? Keine Ahnung. Es ist und bleibt ein Rätsel. Du hast doch auch immer in meine Richtung geschaut. Ja, ja, ja. Ich habe keinen Schummer, wo das Scroll hinnst, aber... Mit einmal bist du in die Luft geflogen. Hinter dir. Bist du? Ich meine, gut, okay, ich war gerade im Inventar, aber trotzdem, das wäre mir doch aufgefallen, wenn da einer angekommen wäre, so nach und nach und nach. Warum zum Teufel ist hier Cobblestone? Kaboom. Ja. Ähm, wo bist du genau? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht... Okay, macht der TS schon wieder einen Abgang? Jop, TS macht wieder einen Abgang, alles klar. Ja, läuft bei euch. Warum zum Teufel ist hier Cobblestone, das verstehe ich nicht. TS, auf Wiedersehen. Oh ja. Obwohl, der beruhigt sich gerade wieder. Nee, doch nicht. Alter. Scrollhör aufzureden, das kann sich ja keiner geben. Okay. Da ist die Connection wieder weg. Hey, lass es scrollen. Oh, diese Ruhe hier. Wo ist Cobbl? Was? Beste Aufnahme. Also. So. Oh. Da ist erstmal ein Creeper, alles klar. Oh. Alter Schwede. Hier ist Cobblestone. Ich hab keine Ahnung, wo das herkommt. Aber. What the fuck. Verdammt, ich hätte noch mit meiner Tüte aufschauen sollen. Oh. Super Krischi. Okay. Scheinmal kriegt sich der TS gerade auch nicht mehr richtig ein. So. Wir schauen hier nochmal längs. Den Scroll finden wir vermutlich gleich nicht mehr wieder. Wie ich meinen Orientierungssinn kenne. Vor allem bei den Wegen, die ich jetzt hier gerade laufe. Holy shit. Enderman. Nee, nee. Ich geh mal wieder zurück. Wie kann ich ein Connection losten, wenn ich nicht mehr auf dem Server bin? Warte mal. Da sind wir wieder. Da sind wir dabei. Das wird prima. Viva Gloria. Stevie, hört man dich? Stevie? Stevie? Ja, der TS ist immer noch kacke drauf. Hallo? Ich verstehe euch nicht ordentlich. Vorsicht, Scroll. Hier sind zwei Creeper. Hör ich das. Hör ich das. Alter. Robo-Scroll. Okay, Stevie hat sich... Stevie ist weg. Alles klar. Hör ich aus da rein, Stevie. Alles klar. Wo ist denn der Scroll jetzt schon wieder hin? Scroll? Ach, da ist er. Hallo. Es funktioniert langsam wieder, oder? Ich denke mal, es kommen immer zu... Ich glaube, es kommen immer zu viele Leute gleichzeitig auf den TS. Darauf kommt er jetzt nicht klar. Boah, das geht nicht schön. Ich werde jetzt mal ganz kurz dritten. Robo-Scroll. Jawohl, Alter. Beste. Warum gehst du in Game-Mode? Wann machen wir das Scroll hier? Wtf, oh, da ist er selber schon wieder weg. Rage-Mode on, ey. Ich versuche mal, eben den Weg zurückzufinden. Oh mein Gott. Holy shit. Das ist doch schon ein anderer TS von mir. Go, go, go. Ja, wie das denn? Wie soll ich denn? Ich werde jetzt mal in den anderen TS. Wtf. Was? Leute, Stevie, Krischi? Hallo? Haha. Jetzt werde ich auch noch bei Steam angeschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Hörst du auf? Hörst du auf? Warte. Jetzt muss ich einmal ganz kurz minimieren. Oh mein Gott. Ne, da kommt schon wieder ein Knaller-Zombie. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Was? Oh mein Gott. Scheiß die Warte an. Warte. Nur einmal ganz kurz, lol. Nur ganz kurz. Äh. Jetzt muss ich einmal ganz kurz raus-tappen. Und muss einmal ganz kurz. Ja, anderer TS. Du bist witzig. Gibt Daten, Junge. Leute, tut mir leid, dass ihr gerade ein Standbild seht. Sind noch alle auf dem Server drauf? Sind noch alle auf dem Server drauf? Alles klar. Was zum Teufel ist denn hier beim TS los? What the fuck? Hallo? Das TS-Server ist auf jeden Fall down. Ja, der Scroll reagiert hier gerade nicht. Error. Ja, sagt er mir. Alles klar. Aufnahme Ende. Ja, macht so keinen Sinn, da hat er Krischi schon recht. Und wir sind, glaube ich, jetzt auch mittlerweile bei 19 Minuten oder sowas. Ich schaue nochmal ganz kurz rein. Ja, bei 18,5 Minuten. Liebe Leute, wir bedanken uns vielmals fürs zu sehen. Und würden uns freuen, wenn wir aber nächstes Mal wieder bei Minecraft, soweit wir dabei sind. Schaut bei den anderen vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis die Tage. Ciao.